Mitten in der historischen Siedlung Mülheim Heimaterde liegt die Columbus Apotheke am Sunderplatz. In unserer inhabergeführten Apotheke beraten wir Sie ausführlich und unabhängig zu Ihrer Gesundheit. Auch bei Fragen zu Naturheilmitteln und homöopathischen Arzneimitteln sind wir kompetente Ansprechpartner. In der Rezeptur stellen wir individuelle Arzneimittel selber her. Neben den apothekenüblichen Dienstleistungen bieten wir Babywagenverleih, Blutdruckmessen, Botendienst und vieles mehr. Testen Sie uns! Testen Sie uns!